So Leute, herzlich willkommen, weiteres Gameplay, diesmal mit Kragas im Jungle, noch nie gemacht, aber ja, ich denke mal, meine Mitspieler werden es mir verzeihen, falls ich irgendwie failen würde. Ansonsten haben wir hier G-Masters, wir auf der Bot-Lane, kommen die Gangster mit Nidalee, Spieß-Support, oder Bot? Mhm. Okay, und Back-to-Base, Victor Mitte, Nasus von Legolas auf der Top-Lane. Irgendjemand von euch hat Boxen an, kann das sein? Ich nicht. Ich dachte, ich hätte irgendwo ein Echo gehört. So, mein E-Spell muss ich, glaube ich, zuerst killen. Also hat irgendeiner unter dem Video geschrieben, ich soll E-Spell, W und dann erst den Q moxen. Und das werde ich jetzt einfach mal testen. Gegner mir Nocturne im Jungle, Twisted Mitte, Rengar Top, Quinn und Tarek Bot-Lane. Ja, das ist doch schon mal geil, mit Sivir gegen Tarek. Ja, das muss schief gehen. Ja, Sivir ist auf jeden Fall cool gegen Tarek. Ja, vorausgesetzt, ich kicke mein Spellshit richtig raus. Ja, der ist dann fliegt ja ziemlich langsam, also das sollte man hinbekommen. Man sollte. Mhm. Und dann komme ich. Mhm. So, ich fange da mal ein Blue an, wäre cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Ja, ich kann pullen. Kannst gut, Victor, spielen. Naja, lange Zeit nicht gespielt, aber ich habe schon zwei Panthers. Sag mal so. Ich bin doch nicht so schwer mit Victor. Ja, komm, Death Raid, du hast schon einen Ult setzen lassen, hast du einen Panther. Ja, eben. Panther ist einer der, äh, Victor ist einer der Champions League. Überhaupt nicht. Teste. Der ist komisch, genau wie Rumble. Ja, Rumble, er hat halt so, sag ich mal, eine schwere Kombo zu spielen. Wegen der Ulti und halt eben, das Ziel, das kriegen wir wieder nicht hin. Ich kann mit Lux gar nicht umgehen. Mit Lux bin ich better, so. Nein, ich ernst. Okay, Dorans Ring hat bei mir keine Ahnung, Animation. Wie? Und mein Death Ray auch nicht. Da kommt ein schwarzer Kass. Was? Mir kommt ein schwarzer Kass mehr als Death Ray. Oh, das ist blöd. Wollt ihr die? Da können wir nicht verlieren. Hitbox auf du. So. Bei mir ist der schwarze, bei mir ist immer so ein schwarzer Batzner rausgeflogen bei einer Lee Sin-E und bei einer Graves. Okay, das ist irgendwie unfair. Dorans Ring und Dorans Blade haben keine Ahnung, Animation bei mir gerade. Könntest du helfen? Beim Bluber? Ach, das ist auch schlussens bald. Kam auch gerade. Maltest, ne? Ähm, ja, ja, ich smite schon. Ist ja jetzt gefützt, gut ein Cooldown. Aber ich will nicht direkt smiten, ist das hier. Wen haben die im Jungle Nocturne? Ja, wobei. Ja, ich gucke ja wegen ihr Wett. Deshalb stehe ich ja hier in dem Bus. Ja, ja. Aber hätten sie die Sinn oder so, dann smite ich ungern als erstes. Ich hab'n Lüche. Ich hab'n fetten Bauch. Gigi. Gell? Kann nichts schief gehen. Ja, ich weiß jetzt alle. Voll die Tour. Kragas ist cool. Ich weiß. Ja, ich hab'n Lüche gegen Rengar läuft's. Direkt zum Whitepuff. Versuch einfach deinen Coo zu formen. 3 Giga in ihrem Item-Ball den Blauen Kasten haben. Bei mir. Ich hab' jetzt auch cooler Reduction Masteries mir gemacht. Das ist irgendwie lustig mit Kragas. Die ganze Welt an die Scheiß-Creeps zu jumpen. Ja. Überholst er einfach. Überholst er einfach. Smiten sollen. Ah, der hatte so wenig Leben. Ah, klappt doch ganz gut. Bin's sehr schön. So. Also nicht, ob du auch später im Nightgame die Karte sollt'n kriegen. Ich komm' mal kurz mit, oder? Okay. Äh, mein Space noch nicht ready. Okay, schön aus dran. Herzig ist dran. Na, kacke. Hey, die Queens haben früher schon echt herzig. Egal, gut schon. Ich könnte Mana gebrauchen. Okay, jetzt ein bisschen gepusht. Ich geh' mal Bot-Lane. Ja, Bot-Lane ist eigentlich... Ist hier gewordet? Ja, kann sein. Ne. Ne, anscheinend ist er nicht gewordet. Leon, Levin war wieder stolz auf mich. Ich hab' mein Trinket schon wieder vergessen. Okay, jetzt ein bisschen arg gepusht. Okay, jetzt nochmal Mitte. Knockt her in Mitte. So, er braucht Hilfe. Nö, ich brauch' keiner. Aber jetzt noch Mord. Ja. Jetzt hier. Einfach mal beides mitten durch. Bisschen spät. Kannst du danach mal top kommen? Äh, ja, bin schon auf dem Weg. Hat der gewordet? Ich glaub' nicht. Der ist grad erst wieder gekommen, der hat grad gebackbottet. Okay, bin da. Alter, das Damage. Hau ab, hau ab, du stirbst. Nice, gut job. Ich kriege jetzt wenigstens mein erst cooler Rejection-Item. F-Stun of Minion. GG. Oh, der Tyreek hat ja keine Mana, weil jetzt darf ich auch ein bisschen... So. Wie läuft's Mitte? Easy. Ich komm' nochmal. Ruhig, sag ich's mal. Ein bisschen pushen lässt. Okay. Nochton, Botlane. Ich mach' grundsätzlich eh nur ein Lastsitz. Malerweise. Wer nicht der Krieger. Nochton läuft's wieder Mitte. Nee, Nochton geht zum Blue. Okay, dann... Nee, der ist doch noch nicht auf. Oder hatte der den das erste Mal auf die Mitlenker? Ja, der hatte Double-Buff. Das sind bestimmt immer. Dann ist der nicht auf. Ach, der ist wieder Botlane. hat kein bot so ich bin mitte was drauf gehen job mehr hätte ich nicht machen können ich hatte eh keinen mana ja bluav kannst du von mir aus immer nehmen weil ich brauche eh nicht das ist cool ja ich bin irgendwie krank krank ja also krank im sinne zu ich brauche kein mana auf der lane also ich verbrauch so wenig mana auf der lane das klubst du gar nicht so ja okay blu muss bald wieder absehend dann geh ich da schon mal hin kommst du top klar jetzt ich def jetzt einfach nur noch am tower dann komm ich auf jeden fall klar weil wenn die lane zu gepusht ist dann ja wenn ich am anfang ein bisschen scheiße gespielt versuche einfach deinen code zu formen ja das problem ist es kann schon tower er killt mich innerhalb von ein paar schlägen weshalb tower dann ist kann ein rengar gegen den nasus fighten ja wenn ich am anfang ein bisschen scheiße gespielt habe dann geht das ich habe den holz wow dann okay noch schon keine holz ich gehe mal weg hat er nicht geholt ja doch deshalb meine ich ja er hat keine ulti mehr ja ist er nicht gejumpt oder was ja doch der war bei mir an meinem blue und wollte mich killen so aber war nichts da kann sein dass nocturne mitte oder top kommt ja was will er mit ich bin grad hat ein turret reingepusht ob der auf die top lane kommt ich komme auch mal mitte ja es kanns ex übrigens ranger ja mitte ist auch mitte äh twisted hat ulti also obacht ich glaub die machen deren blue alter das ist so da und da steht ein wort also hotline ist jetzt komplett geworden ja ja der tf hat zu weiß nicht ob ich ihn in 5 minuten habe wie aggressiv der tf ist ich hab ulti würde sie gerne einsetzen ja komm ja komm ja komm ja komm ja komm die mitte und aufpassen und er geht weg war noch tun es war mit um er ist mein top-ranger komikern das ist ein ja wenn das Geld ich weiß wo nicht so viel Schaden was uns gemäß ich auch ich habe auch einen Viertel von meinem Leben in diesem Einschlag da mit seiner Kino ich ja wenn es auf dem Buch gesteckt ist dann schon ok was jetzt 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 hat mein Dorans Ring in meinem Inventar den Word im Grunde GG was hat dein Doran mein Dorans sieht in meinem Inventar aus wie ein Word ok ja mein Dorans Ring ist am rumbacken genauso wie die wie die Dorans Plates und den Gegner von uns von unserer Sivir hier ist ein Word kannst du den killen dann könnte ich mit Ulti ah du hast das getrunken ok ok jetzt kommt ein Bot ich habe Ulti ja das ist äh es ist immer noch Rengar ne ah das ist ein bisschen arg gepusht ja ups sorry waren nur 3 Qs ok jetzt haben sie mich gesehen da ist Twisted ja Tf kommt glaube ich zu mir Tf ist bottom also ich habe meine ich habe keine Kinder für meine Ulti oh komm die hast du ich ich pushe den Material so weit weit ich helfe ich habe Teleport ne ne geht schon ok ja ok bitte boah der hat nichts mehr hätte ich noch Mana gehabt hätte ich meinen Rooma dann noch werfen können nice ah ich glaube da hast du Fake gesmited wa? nö hast du was mit ihnen gekriegt? ja ich glaube schon ganz drauf geachtet aber ich meine schon jetzt bin ich das ist auch amazing ich glaube du hast Fake gesmited nö ich glaube nicht hast du sie hast du das Creep bekommen? äh ich glaube schon naja GG das gibt da hinten scheiße es kommt nochmal top die waren jetzt zu viel Problem oder? ja weil sie gestorben ja jungler war da twisted war da geht drauf da ok der hat keine Ulti Prüste das geht euch yo fuck komm den hast du dann kann ich mir meinen gut job leider scheiße kannst wenigstens jetzt mal in Ruhe farben Platz 6 oder so warte hallo er fällt ja guck mal auf mir war ich da das war der Flash auf Doom ich wollte echt da sieht man mal Exhaust und Flash das ist ja nicht das ist ja nicht das ist ja nicht da ist ja immer genau in der Phase rein ok Victor brauchst du Blue? nö nö geht schon sobald ich da bin können wir wieder Botlane raven weil ich habe Ulti du könntest doch mal kurz die mit erhalten ja oh klar ja mach's ich hatte keine Mana mehr in dem 2 von mal in Uli weißt du Schlagdäckleid werden dann nicht drauf alter die Jinx waren sehr schlecht um sie echt nicht auszuhalten ja die hat jetzt 60 schon wird die Gegner geflamed ne? ja ich muss die Gegner geflamed ja ich muss die Gegner geflamed wenn ich mein Team nicht geflamen kann ja merk schon irgendwas muss ich geflame können es gibt immer was zu flamen ähm Nocturne hier ja ich komme Rengar hier oh shit dann hau ab ja ja ich hab teleportet gut schuss nein nein SS Tarek vielleicht nicht mein bestes Teleportziel mhm ne ja nicht unbedingt Jason lass die gleich bleiben ok ich komm Mitte und hab Ulti ja shit ey ach kuck ach fuck ach fuck egal vielleicht auch raus halt nie warte ich bleib da ich hab 4 Highports hier hab ich mir einfach mal aus Panic mitgenommen möchtest du mir meine Mana geben? ah shit los danke nein Victor konntest du kurz Top helfen ja kann ich machen ja ich kann auch ich hab keinen Mana noch oh doch warte ich hab einen Visa Wave hier ja ok ich hab zuviel Hexpeater 2 ja MP ich hab 2 Highports gerade aktiv ich hab pass auf da ist ein Ward drin ja ja es kann mich wirklich das ist entschuldig NEIN ist er schon wieder bei dir? was hat denn der da? schau mal halt mir weit ich bleib da noch da lass Botlane weiter pushen NEIN wieso geht das nicht? ok ich geh Botlane was farmen mit Toplane was farmen ja thank you ich muss mal langsam auf 206 kommen bleib stehen ich will dich auch noch retten bleib stehen bleib stehen oh fuck ach immer hab ich mein Spalesheet auf cooldown wenn der start ey doch dann mach ich irgendwas falsch ja pass auf Botlane ja ich stehe doch mal Deck wir können eigentlich Drache machen 30 Sekunden hab ich das mal ja ich stehe erst noch Back und dann komm ich zum Grade boah wie ewig man mit Kragas hier im Jungle bleiben kann ist ja richtig geil ja und mit der W Mana komm komm den killen wir hast du ihn? töte ihn du das wär mein Kuh fast explodieren dann hätt ich ihn ja das wäre kein Problem gewesen ja ich komm helfen dann Bluboff das glaub ich gewordert Turk und Gwen kommen fällt sie mal ein bisschen fern ah mach mal damage fair ich mach mal eins mal jetzt ok good job nice du hast der im Blue gell Rengar ist das ist glaube ich ich weiß nicht komm wir kennen die Quinn ne Rengar doch da kommt schade noch 10 Meter good job pass auf da kommt ein Rengar kommt da auch in die Mitte Rengar kommt in die Mitte ich hab keinen Mana Power 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 ah ok lauf in Tower ja ins Tower laufen ist gesund komm mal in der Mitte in die Mitte eröffnen ich geh schnell weg dann komm ins Mitte ja äh das waren zwei Nasus könnte nicht ich und Niederletop gehen dann könnt ihr da ein bisschen pushen weil der Rengar kann nichts alleine gegen zwei machen ja gut ich glaube ich soll das ist der R12 das sollten wir hinkriegen der ist fett der killt euch glaube ich beide oh 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 shit ja aber der hat glaube ich gar nicht so viele Creeps oder der Rengar doch 122 doch 122 sagst du's einfach neun ich hab 81 mal nice der platzt good job der platzt wenn ich meinen Boomer Wind kräfe holen wir den noch soll ich Ghost machen macht ab er ist noch nur Twisted und das Twisted wen äh Sloan Twisted was ist wie du weißt der hat nice keine Sisson scheiße professionell also Top Lane gehen ja ja ich geh nochmal kurz Top Lane meine Queues stacken ja warte dann geh ich schnell Bot Lane daffen weil die Kuscht da jetzt LOL ah ok ich hab noch geslaut mit Box of Doom Blu ist ab. Könnt ich das wieder nehmen? Ja, ich hab ja... Ich hab ja schon einen gebrochen. Ne, unsers ist noch nicht ab. Äh, derens ist noch nicht ab. Nur unsers. Ja, okay. Der hat's ja ein bisschen später gemacht. Ja, okay. Wollte mal, es ist gebrodert. Wir können dann das deal. Wir haben Pure AD Team, ne? Oder? Ne, doch nicht durchs Feld. Wir? Ne, ne, ich dachte zuerst die. Aber doch nicht. Da ist Rengar. Ich bin auch da. Eigentlich könnten wir den killen. Ah, ich hab den Ward. Ah, okay, der hat uns gesehen. Ah, guck mal die Heilung von dem. Können den, glaub ich, nicht Torer halten. Ich glaub, dass... Obwohl, du machst auch schon damage. Ja, okay, der hat jetzt gesehen. Ja, aber der hat seine Ulti noch. Äh, hat er grad aktiviert. Da hast du festet. Der Twisted Q. Ich klatsch die mal vom Tower weg. Ja, haut aus, meine Ulti. Nett. Sorry. Bordlane wird jetzt wahrscheinlich gepusht. Ach, das sind die Kills. Kann ich auch noch weiterpushen. Lol, was war denn das? Ich hab mich nicht mit mir. Hast du gesehen? Normalerweise, also, ja, egal. Der geht. Okay, ich mein Bordlane... Kann ich mir den Reddorf nehmen? Ja. Bordi? Ja, ja. Nimm ruhig. Wahrscheinlich haut er den Nettste. Ja, Nocturne hat den Reddorf. Good job. Okay, kann sein, dass die Top kommen. Du hast lieber Back. Ich hör mich zu dir. Hab ich ihn gespielt? Ja, du hast ihn gespielt. Ja, ich habe ihn. Das sieht ja lustig aus, die Back-Protonation. Ja, ich hör mich. Das Q. Ist das noch ein richtig neuer Skin? Ist noch nicht so lange da. Ja, ja, das ist ja. Ich kauf jetzt einfach mal Boots. Oh, Bot. Nein. Hahaha. Geil. Aber fast. Cue den einmal, Cue den einmal. Geil. Ich habe ihn gespielt. Creeps kiellen ihn. GG. Haha. Geil. Nein. Wo bist du? Jetzt komm. Verpiss dich. Komm her. Bin da. Ja, du flächst nicht weg, mein Freund. Nein. Woah. Ich sterbe, Uromo. Scheiße. Yes. Da ist Gold. Good job. Oh, da ist Quinn. Pass auf. Hm. Ich bin schon vom Weg zum Weg ran. Quinn läuft da hin, Quinn läuft da hin. Ich lauf da hin. Okay, danke. Ich bin schon ein bisschen weg. Ja gut, dann gehe ich zu bleiben. Ich bin schon ein bisschen weg. Ja, danke. Ich bin schon ein bisschen weg. Du viele da. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Eigentlich sind ja deutsch. Die? Ja, die Gegner, wenn sie sich kennen. Muss nicht sein. Vielleicht haben sie es auch einfach nur so gesagt. Oh shit, Drache ist wieder ab. Haut ab dann. Seid nur zu zweit. Dann sollte ich gleich in der Base campen. Die ATF kommt. Alter, da kommt der Auto-Attack nach so einem Delay hinterher geflogen. Standard. Wurscht mal, ah ne. Nein, da ist Ringer. Nein. Geh weg. Du müsstest den eigentlich schon down kriegen. Ah, kriegst du den Ulti hast. Mal gucken. Ja, ich hab Ulti. Nein! Sorry. Ja, dann tötest du easy. Ich würde sagen, jetzt kannst du deine Toplane frei pushen, wie du willst. Ja, ja. Wir sollten Drache nehmen. Sofern der noch ab ist. Wir sollten die ATF nehmen. Auch ein bisschen wenig Stacks auf meiner Q-Guard. Ja, wahrscheinlich hast du noch genug, um den Ringer zu kriegen. Oh mein Gott. Ich komm Mitte. Aber ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ah ja, dann. Okay. Dann können wir killen. Da kommt drin. Ja. Alter, Schleckrad. Ein bisschen. Ach ne, Ringer ist noch gut. Oh. Geh trotzdem. Der Homeward? Nein. Okay. Scheiße. Keine Ahnung. Ich will den Doransringen loswerden. Nimm mal an, die kommen zu mir hoch. Äh, glaub ich nicht. Oh, hier ist Quinn. Hier ist Rengar. Rengar kommt zu euch. Okay, lass lieber zurückgehen um den Drachen zu machen. Hier reingar kommt nicht. Mit Damage. Passiert. Hohoho. Nein. Pass auf Damage in die Mitte. Vorne. Okay, wir bot fahren. Achtung, dass Nick. Du bist du. Die zum Thema, die kommen nicht. Nein, die kommen nicht. Nein. Ja, das habe ich vor zwei Minuten gesagt. Ach so. Was denkt ihr, kommt einer bei mir vorbei? Komm, schau. Bin mal zu schnell. Oh, jetzt mal ein Frozen Heart. Na, ich geh erstmal weg, falls ich mit Blumen hoch. Oh, Mann, oh. This place will do. Ach komm. Ja, jetzt follow die. Das tut mir schon. Nein. Wo kommt dein Doktor her? In deinem Jungle. Ja, merk schon. Kaufst du dir nicht das Wort Item? Nidalee? Hä? Kaufst du dir nicht das Wort Item? Ach ja, ja, nee, das vergesse ich jetzt immer. Pass auf, das ist irgendwie hier. Ja, du bist tot. Wie war ich? Oh, hallo. Oh shit, jetzt zieht mich Renga. Oh, nee. Ich glaube, Nocturne hat langsam gesagt, was seine Ulti macht. Ich glaube, der Nocturne hat ein bisschen zu oft seine Ulti. Ja, steht, wo ist er hin? Ja, duld. Jetzt weiß man nicht, wo er hin ist. Ah, da ist er. Kriegst du doch, oder? Oder auch nicht. Pass, sind wir egal. Oh, Manu, wenn wir die schauen. Kannst du jemand in Botlane laufen gehen? Weil da pusht gerade der... Äh, da wurde gerade ein Wort geplaced. Von TF. Oder... Irgendwas. Okay, dann gehe ich schnell wieder in Botlane. Pusht mal wieder fröhlich die Toplane. Ich pusht die Mitte. Halte sie. So, Homeguard Boots. Es kommen auch mal Bot. Zehn Sekunden Ulti. Taric ist aus der Mitte abgehauen. Er ist geflüchtet vor mir. Der Red Buff ist ab. Ja, ja. Geflüchtet vor Angst. Hier, guck mal. Victor. Ja, stopp. Scheiße, ich bin die ganze Zeit gestumpt, wenn ich... BAM! So. Okay, ich mach jetzt Haver den ersten. Der hat sich eigentlich keinen Kill. Tut mir leid. Und dann nimmt er den mit Ult. Und dann nimmt er den mit Ult. Du? Ich glaub der uns ist ab. Ja, ein bisschen Blue. Ja, ein bisschen Blue. Ja, ich weiß. Ich glaub nicht, dass er das mehr kommt. Komm jetzt mal in die Mitte. Ich bin noch in Lowlife. Ich bin noch in Lowlife. Zu früh. Haltet sie ruhig noch ein bisschen in der Mitte. Ich fisch die Bock. Ja, haha. Eine nehm ich mit. Oh, oh. Loll. Ach, der hat wohl Wolkenflash. Fix da. Hilfe! Oh, jetzt hat er sich so'n Scheiß geholt. Ja, okay. Auf. Fuck. Nein! Gestunt! Nein! Waffe! Du machst den irgendwie kein Plan! Ich zisch da! Du machst den nur in Schaden! Ja, eben! Ich hab noch keine Shinti vor was! GG! Ich hab noch keine Shinti vor was! So, erstmal Schienen holen! Nijiji! Der weiß ja geil aus! Der macht durchklingt, dass ich den nicht schaden! Ich bring da grad nen Rengar mit in die Mitte! Wollte eigentlich noch mehr Teleport flüchten, aber dann hat Terrix dann Stun gemacht! Ja, okay! Das ist der Kuss, oder? Ja! Oh, der ist noch ein Twisted, pass auf! Ja, MP! Hättest du beides abwarten! Hört mal beide! Die kaufen sich jetzt alle Banshees! Wow! Hat der TF3 noch eins Ringe? Ich glaub da bist du tot, oder Jason? Ja, ich steh tot! Warum holt der Nox sich nen Banshees? Also nicht! Ja, nicht so als hätte der schon nen Spell Shield! Ja, wie wär's wenn ich mir jetzt auch noch ähm... 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 Ne Frage, hat der TF3 ähm... Dorans Ringe? Nein! Was... Was ist denn das dritte? Versuchen die anderen zwei? Ähm... Also... Das Bench Sway ist nicht ähm... Animiert... Das zweite Item von Renga und die ersten drei halt eben von TF! Und das vorletzte, also links vom Trinket, das von Sivir! Mein letztes und das erste von Sivir! Sind alle nicht animiert! Haben alle nen blauen Bildschirm! Also... Blauen Rad! Ah ok, Renga ist wieder da! Ich bin noch kurz Toplane, ok? Tolle! Und halt eben wie schon gesagt, der blaue Kasten von meinem Strahl! Hehehe... Ich bin noch witzig! Äh, Quinn kommt jetzt gleich auch noch, ne? Pack dir das! Äh... Oh oh! Lauf! Lauf! Das war... Seine Bowler! Äh... Hab ich die Bowler gefreshen! Nein, es hat kein Mana! Das wär so ne lustige Ulti! Pentakill! Ach so kommt's gar nicht! Ich kann mal Hallo sagen! Ja! Jemand müsste Bot gehen! Soll ich? Ja, ich kann auch, ich geh gleich Bot-Länge! Ja... Warte! Das wär mein Trinity Force gewesen! Sollen wir Dragon machen? Ja! Können wir machen! Na, die wollen grad super! Oh shit! Geh mal rein! Kommt rein! Sicher? Die kriegen mich nicht down! Nice! Boah! Ach Gott! Lass mich mal vorgehen einfach! Haut doch auf die Quinn ein! Haut doch auf die Quinn ein! Sie sind ganz alleine! Boah! Da! Danke! Dann jetzt... Ich hab drei... Gefühlt fünf... Zehn Sekunden alleine da! Und da konnte nix machen! Und ihr ignoriert sie einfach! Es sah witzig aus! Passiert! Ich hab die gar nicht übermerkt! Boah, die Stacks! Oh, super! Also... Blothen Mallet ist bei mir nicht animiert! Okay, ich bin das zum... Ich bin das zum... Ich bin das zum... Lass Drachen machen, komm! Zivil! Der Mensch ist nicht animiert! Hilft mir jemand beim Trafen? Ähm... Könnte ich machen! Dinger ist nicht animiert! Das Matrix Razor ist nicht animiert! Woran's Ring und... Woran's Play? Und das war's! Der Ress ist animiert! Mein Schatz! Das ist die Idee! Versuch den... LOL! Fuck! Warum wartet ihr nicht auf mich? Ah, ich glaub ich... Fokus enthalten! Ja, jetzt hätt's ihn auch noch gönnen können! Der eine Hit! Ah mein Gott! Nein! Auto! Hmhmhm... Ich kauf mir noch was! Achso, ich bin doch schon misspawnt! Fail! Wir sollten mal zusammenbleiben! Dann mal so ne Idee! Der und Blue ist auch ab! Hol dir mal unseren RedCV! Ich glaub der ist schon ziemlich lange ab! Scheiße! Die pushen wir wollen! Warum redet die denn nicht mehr? Mal jetzt auch nicht! Weg! Ich geh top! Ich darf kurz mit auf! Mit kurz meine ich kurz! Oh oh! Ja, komm! Noch ein Spell Shield! Hinter mir! Okay, jetzt bin ich mit da! Geh da mal! Geh da mal! Der Double Spell Shield! Geht hier's in der Mitte! Ja! Geh da mal kurz! Let's Queues auf der... Upholen! Ach! Alter, safe! Ich bin da! Rengard versucht mich zu diven! Ohne Sinn! Rengard macht Schaden! Musst du aufpassen! Ja! Na ich war ja Half-Life! Und er ist mit Half-Life eingetragen! Und dann war er tot! Und ich immer noch Half-Life! Passiert! Ja! Nasis, hast du Teleport? Ja! Okay! Komm jetzt warte! Warte ich kann... Ja, warte noch kurz bis wir... Okay, ich kann kein... Du kannst ja den Queep teleporten der... Ja, Tower-Focus hat! Ich kann jetzt grad gar nichts teleporten! Hallo! Soll ich? Ich... Ich teleport mich grad mitten ins Geschehen! Ich seh! Good job! Ja, kommt! Ich freu mich, was der Rengard gegen mich hat! Ach! Bestimmt gar nichts! Nein! Jumpt immer auf mich! Ja, hat nichts gegen mich! Kommt mir nur so vor, merk schon! Oh shit! Bot-Line! Wenn jetzt weg wir uns! Ja! Nicht! Geht wer Bot? Äh... Quinn? Bot dann? Die Quinn... Push da durch! Und jetzt kommen die alle zu mir! Gragas! 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 Komm! Na, ist doch gar kein Mana! Ja! Ich bin da! Puh! Kriegst'n geslott? Du kriegst'n geslott? Ja ne, der hat grad in der Sekunde Spellshield! Geht! Ich muss erstmal den A drauf hauen müssen! So, ich bin weg! Lass top oder bot jetzt pushen! Ja gut, lass alle zurück! Geh weg! Geht! Klopp den Blues ab! Hast du den Blue Heart selbst gemacht, du hast den bekommen von irgendjemandem? Den hab ich noch von Renga von, vom Dive! Der müsst'n jetzt auch gleich verschwinden! 3, 2, 1, 2, 1, 1! Geh ich denn? Ja, kanns haben! Viel Spaß! Ich verzieh mich! Ich geh weg! Wir haben unsere Backcourt Animation! Oh komm jetzt gehen wir schon wieder runter! So, pass auf Zivir! Das kann nicht wahr sein! So, jetzt gehen wir schon wieder runter! Das kann nicht wahr sein! So, schon meine Incenti Edge! Jetzt ist doch! Und, wie geht's auf der Top-Land gegen Kragas? Äh gegen... Es geht so! Knock! Das ist doch! Ja, auf jeden Fall! Bei den Spellschies dürften wir jetzt raus sein, oder? Genau! Na, seinen hat er wieder! Bin aufm Weg! Auch! Weiß! Nein! Komm schon, kill ihn! Drei Leute vers... Zwei Leute versuchen zu stieren, einer kriegt sie ihn! GG! Ich dachte... Du bist so ein Affe, Alter! Du bist so ein Affe, Alter! Der größte Trauer wäre jetzt noch, wenn du ihn spielst! Nee! Also, wie 200 Blumen hältst du denn? So, ich bin jetzt full-by'd! So, ich kann wieder reden! Was war denn los bei dir? Ja, nice! Nicht nur, es war laut! Die was? War ein bisschen laut! Achso! Oh, shit! Ich brauche hier Hilfe! Nein, gar nicht! Alter, bin ich mir ein bisschen... Du bist gerade gestorben! Nice! Hiel mich! Okay, hast's schon! Äh, die waren drei! Scheiße! Ja, ich tue doch schon! Ja, ich tue doch schon! Ja, ich tue doch schon! Ja, ich bin epic! Das ist vielleicht noch ein bisschen Schaden! Ja! Nur ein bisschen! Okay, er trägt schnell! Ich hab' 7,9! Aber der einzige Vorteil ist, er kauft die Kettel nicht! Ah! Hat er die nicht? Nee! Noll! Auf dem Ränger... Also... Viele Ränger spielen die Kette... Ja, gar nicht, ja! Warum? Weil, ist so riskant, wenn sie sterben oder so? Äh, ist so riskant! We float, bitch! Good job! Good job! Das hier schnell machen! Good job, good job! Ich komm' auch! Ah, wobei... Das schafft ja... Lass da'n Top gleich machen! Ich bin gleich da! Mit Old! Die ganze Zeit bei Old stehen bleiben! Mann! Mann! Ich bin kein Geld! Ungefähr! Mein Nasset! Ja, ich hab' keine 33 Farben! Ganz genau! 2,8! Deine Mechanics! Ja, ich hab' 33! Ich... Ich... Ich...